Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jiki Boing, das ist Vampire the Masquerade Bloodlines und wir machen uns auf den Weg und suchen Nines im Griffith Park. Vermutlich. Ohne Gegenwehr. Wird alles friedlich ausgehen hier. Hallo? Bist du hier? Oder hier? Tickets. No parking. Oh, ich höre da irgendwas. Das hört sich nicht gut an. Oh, jetzt müssen wir da hoch. Okay, fahren wir mal eine Runde. Ich kann mich auch nicht bewegen. Ich kann nur zugucken. Kann man da hochklettern? Ah ja, ein Ladebildchen. Wow. Über den Wolken. Das sieht schon cool aus. Ich meine, es ist nur ein Bild. Ist natürlich nicht ein echter Spielgrafik. Trotzdem irgendwie cool. Da ist er. Ist er es wirklich? Ist er es wirklich? Ja, er braucht uns irgendwie alle. Nein, ich traue ihm auch nicht. Das stimmt. Aber wie entscheiden wir uns jetzt? Gehen wir jetzt in diese Allianz? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich traue dem Typen auch nicht. Und Nines guckt jetzt auch nicht so begeistert. Und ich will ihm nicht so wirklich... Eigentlich traue ich ihm nicht. Und ich möchte mich auch so entscheiden. Und ich denke jetzt so... Vielleicht sind wir dann zu schwach am Ende. Oder? Nein, ich muss meinem Gefühl folgen. Und ehrlich gesagt, ich traue ihm auch wirklich nicht. Ich traue ihm nicht. Oh, shit. Oh, shit. Oh. Oh. Okay. Okay, schnell weg hier. Fuck. Oh. Oh. Ähm. Okay. Jetzt muss ich hier drei Minuten überleben oder was? Jetzt Nossa. Dun 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 dun. Oh. We gonna catch ya. Oh man. Was kann ich denn hier mitmachen? Kann ich das aufmachen? Oh mein Gott, werden wir es überleben? Check Power, muss ich das aktivieren? Ich versuche mal diese drei oder vier Minuten zu überleben, jetzt noch zweieinhalb Minuten. Ansonsten, vielleicht müssen wir das Ding ja wirklich aktivieren. Und der Strom wieder einschalten. Ja, also ich glaube es war eine richtige Entscheidung. Ich weiß jetzt auch nicht, was mit Heinz ist, ob er es überlebt hat oder ob er tot ist. Es sah auf jeden Fall nicht gut aus. Ich glaube wir sollten Abstand nehmen von dieser Allianz. Er verfolgt seine eigenen Ziele, der Prinz. Und ich glaube, die sind nicht in unserem Sinne. Nicht zum Wohle aller, sondern nur zu seinem. Ist das jetzt ein Fehler, dass er mich nicht verfolgt oder steht er da unten und wartet, bis wir uns bewegen? Oder wäre das hier ein Fluchtweg, wenn wir den Power aktiviert hätten? Eine Minute zwanzig. Der Countdown läuft, Baby. Das war ein Lied zur Jahrtausendwende, da erinnert sich noch jemand daran. Und der genauen Text weiß ich jetzt auch nicht mehr. Ja, was wird Armageddon oder Weltfrieden? Es war weder ein Armageddon noch haben wir den Weltfrieden, leider. Also leider kein Weltfrieden, Gott sei Dank kein Armageddon. So, wenn es zehn Sekunden sind, dann laufen wir mal zur Tram. Aber auch da lang. Ich versuche es einfach mal. Ich speichere gleich nochmal zwischen und laufe um mein Leben. und mein untotes Vampir-Leben. Mal fünf Sekunden dazwischen. So. Und drei, zwei, eins und go, go, go! Das war nicht gut. Doch, das war gut. Jetzt ernsthaft? Ernsthaft? Oh, mehr als die... Oh, dünn, 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 dünn. Wie bei Alien Isolation. Oh, schnell weg. Puh. Crest complete. Na, Gott sei Dank. Ich putze mir während der Fahrt noch mal die Nase kurz. So, da sind wir wieder. So, schauen wir uns gleich mal das Quest-Log an. Oh, da. Jack. Diese Haare auf der Brust. Sehr sexy und männlich. Oh, mein altes Zuhause. Cool. Was sagt denn das Quest-Log? Someone set you in Nines ab. Ja, irgendjemand hat uns verraten. Ich habe Hunger. Entschuldigung. Nix da. Okay. Wo sollen wir denn hin? Das war eine Falle für uns. Ach du Scheiße. Okay. 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 Ich bin hier, um dir wieder zu helfen. Aber verdammt, es ist Zeit. Okay. Was müssen wir tun? Zeit, um eine Wahl zu machen. Ich hoffe, du lebst, um herauszufinden. Okay. Auf jeden Fall wurde ein Kopfgeld auf uns ausgesetzt und wir haben jetzt echt ein Problem. Ich bin hier. Du brauchst ein Backend. Du brauchst die Schutz der Begründung von einer der Fakten. Freunde sind das letzte Ding, die du ohne sein willst. Aber du musst rauskommen. Ich habe einen Fahrer, der kann dir wo du musst. Interessant. Du magst ihn. Aber dieses Ort ist nicht so. Er ist über Santa Monica, nach dem Schraub. Geh da und er wird dich aus der Stadt. Er wird dich woher, wo du dich fühlst. In case wir uns nicht wiedersehen. Okay, wir müssen hier weg. So, wir müssen jetzt irgendwie ans andere Ende der Stadt kommen. Hier ist die Zeitung. Immer noch Carnival of Death. Oh, ich denke mal, einfach durch die Stadt laufen wird nicht funktionieren, richtig? Oh, was ist jetzt los? Okay, es geht wieder. Ich denke mal, das ist ein... Wir können hier gar nicht durch die Kanalisation. Oh, shit. Ich saug dich mal eben an. Okay. What are we doing? Speichern. Wenn du nicht mehr weiter weißt, speichere das Spiel. Okay, ich kann nicht durch die... So viele. Jetzt mal ernster. So viele gegen mich. Okay. Das ist zu viel. Ich muss mal neu laden. Shit. Puh. Brand vorbeischleichen geht auch nicht. Dann versuchen wir einfach schnell zu sein. Weil letztendlich... Wie gesagt, die sind zu stark für mich. Hier geht es auch nicht weiter. Ich komme ja nicht weg. Alles klar. Load Game. Und los geht's. Das war die andere Seite. Wir suchen jetzt rechts lang. Okay. Hier geht es auch nicht lang. Okay. Okay. Lass mich vorbei. Kommt schon, Jungs. Mädels. Dann gibt es ja nur einen Weg. Also hier raus und dann rechts. Und rechts bleiben. Oh Mann. Beach Access. Okay. Wir haben es fast geschafft. Da ist das Taxi. Oh. Oh. Was ist das denn? Oh. Wir sind am Ende der Welt angekommen. Lass mich rein. Kann ich auch nicht rein. Also wir kommen hier nicht weg. Letztendlich. Wir dürfen nicht erkannt werden. Und ähm. Puh. Das ist echt schwierig. Wir können es ja nicht mit der ganzen Stadt aufnehmen. Wir können es ja nicht mit der ganzen Stadt aufnehmen. Zum einen. Weil die Typen sehen uns ja auch. Sobald ich hier lang gehe. Oder? Ernsthaft jetzt? Ich bin an denen vorbei. Die haben ich nicht gesehen. Und da geht es ja nicht hin. Okay. Die haben wir nicht gesehen. Von der Seite? Oh nö. Leider nicht. Oh nö. Leave me alone. Ne Präsenz bitte. Das Schwert ist auch nicht. Komm her Mädel. Boah, unsere Lebensleiste ist auf Null. Tatsächlich auf Null. Aber, wir haben diesen Teil überlebt. Und, liebe Freunde, wir atmen jetzt mal durch. Wir regenerieren uns. Und dann machen wir eine kurze Pause. Wow. Also, wir müssen unbedingt zu diesem Taxi kommen. Ich glaube, das schaffen wir. Wenn wir jetzt wieder volle Lebensenergie haben, dann kriegen wir das auch hin. Ich wünsche euch eine gute Nacht und einen schönen Tag. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.